Herzlich Willkommen bei RanziTV News One. Ich bin Mario McLovin und wünsche Ihnen einen sehr guten Morgen. Es gibt Neuigkeiten im RanziTV-Universum, über die ich Sie auch gleich informieren werde, sobald ich darüber informiert wurde. Die RanziTV News kommen endlich wieder zurück, denn es ist so viel Scheiß hier passiert, dass man glatt mal darüber berichten muss. Moment mal, ich berichte in den RanziTV Breaking News darüber, dass die RanziTV News zurückkommen. Ist das nicht irgendwie bescheuert? Na ja, ist ja auch egal. Jedenfalls kommen die News zurück. Wir sind gespannt. Endlich wieder Output von RanziTV. Es war mal wieder eine Pause. Warum, weiß man noch nicht. Ich hoffe, bald wisst ihr und ich. Na ja, eigentlich weiß ich es ja, aber bald wisst auch ihr wahrscheinlich, warum. Vielleicht auch nicht. Das muss man dann mit der Redaktion mal schauen. Aber egal, wir sind gespannt. Ist ein bisschen früh für eine Verabschiedung, ne? Vielleicht machen wir nochmal Wetter. Gehen wir mal zum Wetter. Hagen, wie ist das Wetter? Ach, Hagen ist ja gar nicht da. Dann mache ich mal eben schnell das Wetter. Machen wir einfach ein... Vielen Dank, Marek. Es ist ein wenig kühl und auch ein wenig verschneit. Zieht euch warm an, Freunde. Das war das Wetter. Zurück zu dir, Marek. Ja, äh, und damit war es das auch schon mit diesen Neuigkeiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, einen wunderschönen Abend und eine sehr gute Nacht. Bis demnächst. Mein Name ist Marek McLaughlin. Das waren die RanziTV Breaking News. Tschüss.